Die Luft ist raus oder ihr wollt einfach mal Zeit für die Liebe haben, dann kommt ins Fini-Resort. Mein Schatz Pierre und ich haben das mal ausprobiert und waren total begeistert. Wir haben uns wie römische Senatoren gefühlt und hatten im Kleopatra-Bad eine Etagere mit exotischen Früchten und einem Glas Sekt. Auch den Duft von Kokos und die pflegenden Wirkstoffe haben wir sehr auf unserer Haut genossen. Musik Anschließend wurden wir beide gleichzeitig massiert. Mein Mann Pierre meinte vorher, dass so eine Behandlung ja eher was für Frauen ist, aber anschließend war er so begeistert, dass er sogar überlegt hat, eine Gesichtsbehandlung zu buchen. Musik Zum Dinner gab es ein aphrodisierendes Menü mit tollen Aromen für die Sinne. Es gab leckeren Spaghetti-Salat an Basilikum-Pesto, Salatvariation mit Maishähnchenbrust an leicht scharfem Curry oder alternativ Amos-Pfeil, Garnelenspieß in einem Hauch von Koriander und Ingwer auf buntem Gemüse-Couscous oder Bonbon von der Perlhuhnbrust mit Sellerie-Kartoffel-Lasagne. Musik 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 Das Gemüse-Couscous fand ich ein bisschen langweilig, aber sonst hat es fantastisch geschmeckt. Sehr anregend eben durch die vielen exotischen Gewürze. Musik Am allerbesten hat mir das Dessert geschmeckt. Die sogenannte süße Verführung bestand aus einer Früchtevariation mit flüssiger, weißer und dunkler Schokolade. Wir konnten das leckere, exotische Obst in die Soßen eintauchen und waren mehr als begeistert. Schokolade mag ich ja generell sehr gern, aber die war der Hammer. Musik Musik Auf dem Zimmer hatten wir natürlich dunkelrote Rosen, das Symbol der Liebe. Ihr könnt das ganze Liebespaket bei Spar mit Reisen buchen. Ich finde das da absolut günstig. Scheidung ist teurer. Na dann viel Spaß mit eurem Partner und der Zweisamkeit. Ihr habt es euch verdient. Der Alltag, der ist doch oft stressig genug. Bye-bye. Musik 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 Musik